A&C steht für Accounting und Controlling. Das ist eine Plattform, welche allen Interessierten zu diesem Thema Accounting und Controlling offen steht. Darin findet man neueste Entwicklungen zum Rechnungswesen sowie ein Forum für Spezialisten. Ferner ist Accounting und Controlling ein Netzwerk für Profis, die in diesem Themenbereich arbeiten. Accounting und Controlling wird getragen von zwei Institutionen. Auf der einen Seite ist das die Kaleidos Fachhochschule und auf der anderen Seite ACAD Business. Die Kaleidos Fachhochschule bietet Bachelor- und Masterstudiengänge an sowie auf der Weiterbildungsstufe Master of Advanced Studies in Controlling oder in internationaler Rechnungslegung und Reporting oder Steuern. Die ACAD Business ihrerseits ist in der höheren Berufsbildung tätig. Sie bietet Vorbereitungskurse für eidgenössische Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen an. Beide Institutionen verfügen über ein grosses Know-how in diesem Sektor, dank ihren Dozenten und Dozentinnen. Die Plattform Accounting und Controlling dient allen, welche einen anerkannten Abschluss im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens erarbeitet haben. Jetzt heisst es aber, das Wissen aktuell zu halten. Denken Sie nur an die Veränderungen im Bereich der Steuern oder des Gesellschaftsrechts oder auch der internationalen Beziehungen. Erfolgreich ist nur, wer ständig dazulernt. Zudem ist ein Netzwerk sehr sinnvoll mit seinesgleichen, nicht zuletzt auch um seine berufliche Karriere zu entwickeln. Und last but not least sollte eigentlich der Beruf auch Spass machen. Und was macht mehr Freude, als an einem tollen Seminar teilzunehmen oder sich mit seinesgleichen auszutauschen. Das alles können Sie mit der Plattform Accounting und Controlling.